Jetzt ist es lustig. Spielen wir via Therapy. Choose region, Turkey. Irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, als hätten wir schon mal ein Spiel gespielt, wo so eine Visage da war. Ja, ich glaube ich nehme Indisch, oder? Das verstehe ich aber nicht. Ich nehme Japanisch. U, S, ah, so, The Nun, okay. Multiplayer, Settings, warte mal erstmal Settings angucken, Language. German. Genau, Empfindlichkeit, Maus umkehren, Grafik. Oh, Audio. Bewegungsschärfe, kann ich gar nicht ausmachen, nur auf niedrig. Audio lasse ich mal so. Ist das denn Ausfadl? So, Lernprogramm. Wird ihr erst das Lernprogramm machen, oder wird ihr Yolon? Yolon, was denkst du denn? Also, ich bin für Yolon. Okay, ja. Server-Name... 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 5. Maximal Spielanzahl... 3. Ähm... Kann ich euch da jetzt irgendwo... Sobald sind Discord-Antworten. Äh, mach ich gleich gleich, ne, warte mal. Nein, jetzt! Wie seh ich denn aus, WTF? So ein armer Ritter. Ein armer Ritter ist gut. Würde ich jetzt auch heißen wollen. Armer Ritter? Hab ich ewig nicht gegessen. Ich hab keine Einladung bekommen. Warum nicht? Ja. Hä? Warum fragst du nicht? Irgendwie enttäuschend, ne? Vor allem, ich seh meine Fratze da die ganze Zeit auf ihrer Freundesliste. Hab ich doch! Ich hab doch Einladen gedrückt! Hab nichts bekommen. Ich hab... Ich hab euch beiden raufgeklicken. Hier! Es ist ausgegraut, ihr beide! Ihr seid ausgegraut bei mir! Viel beitreten! Ähm... Ja. Kann ich... Das sind nur Server... Irgendwelche Server offen. Hier, aber... Könnt ihr... Könnt ihr mir beitreten? Über die Freundesliste? Nope. Schon nicht beitreten. Aber nein, war nicht geplant, Lenny. Ähm... Also ich kann jetzt auf Plus drücken, dann aktualisiert sich das... Das Problem ist, bei mir steht, dass du Black Desert spielst. So kann ich nicht beitreten. Also ich bin jetzt drin. Thorsten ist drin. Ich hab einfach spiel beitreten und die Fumf ausgewählt. Ja, genau. Achso. Fumf genannt. Ja. Hab ich doch gesagt gerade, ich nenne das Fumf. Warum sehen ich und Sarah so aus wie Ritter? Charakter ändern. Äh... Wo ist denn die Charakter? Achja. Ohja, Sarah. Als Typ seh ich dich. Oh. Sexy. Mhm. I'm sexy. Da-da-da-da. Ohja. Oh. Guck mal. Ich glaub ich mach das hier. Was ist das? Oha. 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 Die sieht gut aus. Aber was hat die denn für Blasenlippen? Ich hab grad mal gesehen. Oh Gott. Die ist auch geil. Ohja. Die ist auch geil. Ohja. Okay. Ah, das ist so normal. Das ist ja fast langweilig. Was haben die für komische Gesichter, ja? Ich glaub ich nehm die eine, ja? Die eine, die eine oder keine. Jetzt kommt die Einladung von dir. Ja. Ich kann nichts dafür. Ah, ich bleib eh. Seifal. Das hab ich auch ne Einladung. Thorsten. Du siehst richtig nice aus. Warte, ich pass mich dir an. So. Ah. Ich teufle halt bitte. Du siehst anpassen. Naja, so seh ich aus. Da ba da 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 da. Ähm. Was ist das? Ach so. Warte, hier, ich mach mit. Ah ne, mach ich nicht, weil ich kann. Ach so, doch hier. Utsk, 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 utsk. Gespräch? Oh yeah. Wir sind voll. Oh yeah. Warte, warte kurz. Und jetzt Nummer 5. Oh nein, wir müssen gleichzeitig treffen. Okay. Was ist 6? Oh Gott. Oh Gott. Sieben. Ich gucke die zweite Einladung. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Und die Lightshow dazu, das ist richtig geil. Oh Gott. Okay, es geht weg. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. oh 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 Das ist ein richtiger Schenkelklopfer. Oh, meia. Also, weil ich jetzt so piepige in den Augen. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, wie sieht das so dumm aus? Oh, mir komme ich die Tränen vorlachen. Was ist das? Ich kann so die Lampe auf so ihr Gesicht legen. Okay, gut. Ich glaube... Okay, das wollte ich gar nicht mehr. Die 4 Euro haben sich gelohnt. Nur für die 4 Euro. Daumen hoch dafür. Ey, der muss schon Daumen hoch machen, wenn die 4 Euro sich gelohnt haben. Deswegen klatsch ich ja, weil das Spiel so gut ist. Oh, yeah. Supergeil. Oh, Gott. Klasse. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay. Kannst du da aufhören, damit das irgendwie... Okay, warte. Und dazu der Windz-Taut so gut. Leni, dank dem Video. Und dann wird es wie zahnt. Das muss ich jetzt mal gleichzeitig machen. Okay, 3, 2. Du musst erst was anderes auswählen. Die AF. Ja, du musst erst was anderes auswählen, sonst geht's halt. Dann 3, 2, 1, 0. Ach so, ich darf hier machen bei 1? No, sauerhaft. Ich weiß nicht. Oh, ja. Ich krieg ja nicht aufhören, ne? Wenn die Augen tränen, so übel. Ah, unbedankt für den verschenkten Zapp an... Äh, warte kurz. Colby. Oh, jetzt bin ich synchron. Warte, ich versuch... Äh, jetzt ich auch? Yeah! Okay. Also, es fängt gut an für ein Horrorspiel. Es kann nur schlimmer werden. 116.002 spendet 100.002. Ilemon unterstrich TV verschenkt ein Zapp an die Community. Diese Halbgrenze von Thorsten... Ah, es killt mich ja mal alles gerade. Okay. Wo mach ich sie? Ja, das mach ich mich auch gerade. Ähm. Sarah? Ich kann nicht... Also, mein Anfang ist ausgegraut, ne? Ihr müsst alle 3 auf R drücken vielleicht mal. Wo ist denn R? Ja, Rrrr. Ah. Muss ich mir auch direkt kommen. Du musst aber nur dann... Du die Taste... Ja, ich glaub ich nehm den da. Kostet auch nur... Was kostet das Geld? 4 Euro, ne? 4 Euro. Usk, usk, party, party. Oh, meine Augen drehen so heftig. Weil ich so übel gelacht hab. Ha. Okay, ich lebe. Okay. Sind wir alle ready? Okay, cool. Ab geht's mit dem Dance. Ah, die Tasche ist open, ne? Hm. David Sternfin? Äh. Hallo. Oh. Wer? So mal mit deinen roten... Alter. Du hast so ne große Nase, ich hör den Atem. Bist du jetzt ein Mönch? Lennart 116.002 donated 1 Euro. Schaust du auch nicht grad besser aus, ey. Lennart 11602 macht Luger kaputt. Ja, Lennart 116.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001. Ja, schau doch mal, Daniel sinkt in deinem Gesicht, was ist denn das? So gut, ich kreis hier, ey. Wieso bist du nur so auf meinem rechten Ohr? Wieso? Oh, oh ja, warte, ich seh's schon, warte. Ist das die ganze Zeit schon so, oder ist der grad eben? Warte mal kurz. Irgendwer schon auf deinem Spiel ist ja heftig. Halluh, halluh, geht's so. Besser? Ja, ich glaub, es liegt am in der Nase. Jetzt hörst du mich rechts-links, ne? Ah, ah. Es hat sich, glaub ich, umgestellt. Ich sag doch. Wie, du sagst doch. F. Ich mache auf die Tür. Also, irgendwer hat hier ziemlich gelbe Sachen, oder so. Weihrauch, okay. Ich hab keine Ahnung so richtig, was uns hier erwartet. Rausziehen. Ich hab ein Double Stänge vor. Kurzi fix finden, by the way. Ich hab Weihrauch. Kann's nicht aufheben? Kann man irgendwas aufheben? Hey? Ich kann hier Licht machen? Aber wie kann ich das? Was war das? Ich weiß nicht. Ich hab hier irgendwas zum Licht anmachen, aber ich kann's nicht benutzen, weil ich weiß auch nicht. Ach, da brauchen wir wahrscheinlich Fackeln oder so. Das sieht aus wie ein Fackelständer. Blutröhrchen hab ich gefunden. Ich hab irgendwas gefunden. So fünf Minuten locker, da mein Herz hat Schrott war, dachte ich steh da rein. Ah lol. Ne, es hat sich irgendwie anscheinend umgestellt, ja. Warum geh ich schon wieder in den Keller? Vielleicht hab ich beim Lachen mein Mikrofon kaputt gemacht, kurz mal. Ey, dieses Schnaufen, das macht mich ein bisschen kirrer. Wie kann man denn was aufnehmen? Ich könnte in den Keller klettern. Soll ich das tun? Zauberpapier 2. Eh, was hab ich für hässliche Füße? Eww! Intärkieren istam estimation valtlar. Jones, irgendwas fehlt uns dafür, die Weihrauch. Deshalb müssen wir einen Halbmond finden. Steht da. Geh mal da runter. Ne, ich hab nen Weg nach unten gefunden. So ist nicht. Ich wollte da jetzt nicht alleine runter gehen. Was ist das? Achso, ich bin schon lange unten. Zauberpapier hab ich gefunden. Was war da? Was war da? Wer hat hier was runter geschmissen? Ich geh mal nach oben, ich weiß noch nicht so richtig, ob das richtig ist. Ich glaub ich hab den Alkohol gefunden, hier bleib ich. Man muss ja sagen, das Spiel schaut schlichtig cool aus. Also ich hab jetzt mal alles ganz hoch gestellt. Oh, apropos Spiel, warte mal ganz kurz. Fällt mir gerade ein. Äh, warte kurz, ich muss umstellen. Therapie. Da hat er kurz. Wie soll man sich denn da zurecht finden? So, jetzt auch. Das ist ja übelstes Labyrinth. Es ist... Naja, aber es ist überschaubar, finde ich. Ich hab auch Zauberpapier 3, aber ich kann nix damit machen. Ne. Und die Zauberpapier 2, aber das vorhin war gerade noch gar nicht. Bist du auch hier oben? Ich bin unten. Ich bin ganz oben. Oh, hier ist sonst eine schicke Tür. Ist nochmal weiter. Irgendwas klappert hier hinter den Wänden. bei Steckern und so. Ja, ja, Kari. Ja, ja. Ich habe einen Koran gefunden. Ähm. Irgendwas ist gerade hinter mir hergerannt und wieder verschwunden. Auf dem Tisch leuchtet ein Schlüssel. Okay. Aber nicht, stimmt. Ich hab die vorher beim Lachen verloren gerade, ne? Irgendwas macht komische Geräusche hier. Hallo? Hast du das auch gehört? Ja. Oh. Ich bin ja auch bei dir in der Nähe. Hier war ich gerade. Hier hat mich gerade was verfallen. Oh, man hat Ausdauer. Oh. Oh, die Taschenlampe. Oh, die Taschenlampe hat er auch Akku. Äh. Was passiert hier? So, Hilfe? Hilfe! 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 Ich weiß nicht, woher! Ich hab die Taschenlampe. Kann ich die Taschenlampe eigentlich auch irgendwas... ... machen? Oh, Blutröhrchen. Die Verwirrung ist da. Holy. Holy moly, ey. Du alte Hexe. Er hat erschrocken. Oh, hier ist wieder Klopapier. Da bin ich auch erschrocken. Ich hab den Halbmunkel gefunden. Ich bin vom Teufel besessen. Äh, der Korall ist oben im Bücherregal, by the way. Oh, seh ich jetzt nix mehr? Hallo? Ich seh nix, ich seh nix mehr. Oh, jetzt so. Ah, ich kann mich selbst wiederbelebt. Ich bin traumatisiert. Oh, ich kann kriechen und ich kann wiederbelebt werden. Oder mich selbst... Ich bin oben und... Hinter dir, guck mal hinter dir. Jetzt liegt sie da, wie so ne Porno-Darstellerin. Sag mal. Ich kann aber nichts drücken. Also ich glaub, uns fehlt ein Medi-Kit. Geht was dann wieder Medi-Kit, alles klar? Natürlich. Boah, hab ich mich erschrocken. Die ist grad wie im Gang vorbeigelaufen. Ich hab's nur gesehen. Ja. Wir können übrigens die Fackeln hier anzünden. Ich weiß. Bei einer F-Mach. Ja, aber... Ach, sie muss Gas finden, dann geht das. Ja, also. Diese F-Mach. Ja, hier ist die Bibel übrigens. Ich weiß über der Koran, also ich muss dann erstmal wieder da hinkommen. Ja, und hier ist die Bibel. Wieso musst du zum Koran? Weil wir den suchen, finden müssen. Achso. Ich muss jetzt erstmal wieder da hinkommen, wo ich zuletzt war. Ähm, wenn ich hier wieder rausfinde, heißt das... Äh... Nali! Ich bin gar nicht da! 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 Nali? Ja? Oh Gott. Oh Gott, wir werden gefressen. Ich oder du. Einer von uns beiden, die ist durch... ...mich durchgelaufen. Ähm... Habt ihr irgendwas gegessen?